Ihr sucht ein Futter für Reheponys? Da bei Ponys der Rohprotein- und Energiebedarf oft schon über das Grundfutter gedeckt ist, reicht eigentlich oft schon ein gutes Mineralfutter. Hierfür eignen sich am besten Reformin-Müsli oder Reformin-Sticks. Mit ganz kleinen Mengen könnt ihr den Tagesbedarf an Vitaminen und Mineralstoffen für eure Ponys decken. Das hier ist eine Tagesration für ein 350 Kilo schweres Pony. Mit 30 Gramm pro 100 Kilo Körpergewicht und Tag ist es schon versorgt. Bei den Reformin-Sticks reichen sogar schon 15 Gramm pro 100 Kilo Körpergewicht und Tag. Ein kleines Schmankerl könnt ihr euren Ponys aber zusätzlich zwischendurch mal mit dem perfekten Pony-Dinner bereiten. Das ist ein Getreide- und melassefreies Kräutermüsli, welches extra nicht vitaminiert und mineralisiert ist. Damit seid ihr nicht an Mengen gebunden und könnt auch einfach mal nur eine klitzekleine Handvoll davon zufüttern.